Lauf weiter, sie werden nicht durchhalten. Du läufst nach rechts, du nach links, ich folge ihm. Yeah! Yeah! Ich glaube kaum, dass du das einem so alten Bären noch beibringen kannst. Er denkt bestimmt, du bist nicht ganz dicht. Lee, wieder gesund? Ja, Nabiris Vater sagt, das Knie heilt. Aber nicht bis zur Meisterschaft. Ich bin nicht traurig. Ich habe sowieso vorläufig genug davon. Ich brauche eine Pause. Das hier ist die erste Medaille, die ich gewonnen habe. Sie bedeutet mir viel. Ich schenke sie dir. Bedeutet mir viel. Freunde? Freunde. Der Kampf ums Überleben ist ein Gesetz der Natur. Und auch wir Menschen kämpfen und messen uns mit anderen. Aber wir können mit unseren Gegnern eine gemeinsame Basis finden und uns gegenseitig achten. Dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob wir nun gewinnen oder verlieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Also, wir müssen noch einmal die Wasserwärter unser erstmalig sein. Falls Sie mir viel. Wir?